Hier ist das Fallrohr mit diesem alten Regensammler. Diesen werde ich entfernen und diesen Regendieb hier einbauen. Also hier sieht man schon das Problem. Es kommt nicht mit Ästen und Laub und Resten zu oder voll und da wird nicht mehr viel Regenwasser gesammelt. Das wird einfach so wie es ist eins zu eins nach unten in die, also ungenutzt einfach weiter gespielt in die Kanalisation. Deswegen entfernen und den Regendieb einbauen. Da sieht man es nochmal. Das ist eigentlich komplett zu, das ist ein zollisches Rohr. So, in der Anleitung steht etwas von 20 cm. Wir haben jetzt hier 19 cm. Es ist die Frage, ob ich das noch ein bisschen zusammenschieben kann und dann auf 20 komme. 19 cm. Ich würde es jetzt mal mit 19 cm probieren. Besser ist es natürlich hier das Innenleuch heraus zu nehmen. das ende herauszunehmen nicht dass ich jetzt oben mit dem fallroh oben dieses gitter kaputt mache also ich habe jetzt hier unten die beiden schellen unten und oben vom fallroh gelöst und vom oberen verlor die obere schelle da ging das ganz gut ohne dieses inlay einzufädeln und so schaut es dann ungefähr aus und normalerweise stehen ja 20 zentimeter drin bei mir sind es jetzt ungefähr zwischen den zwei fallrohren ca 19 zentimeter und ich werde es aber so lassen weil das gefällt mir eigentlich so ganz gut hier oben kommt jetzt noch diese reduzierung rein und dann würde ich dieses gitter wieder einbringen und dann wäre das soweit fertig so jetzt baue ich noch oben diese verjüngung ein also noch mal so nochmal zum fallrohr bei mir waren es ja jetzt 19 zentimeter zwischen oberen fallrohr und unteren fallrohr platz und das ist auf jeden fall noch im oberen bereich also wenn ich jetzt hier dieses gitter einbringen da bleibt nichts hängen also das werde ich einfach so lassen also ich kürze jetzt eigentlich nur zentimeter raus so dann baue ich jetzt noch dieses dieses gitter ein stecken wir es mal zusammen so zusammengebaut jetzt nur noch reinstecken und vorne meinen winkel wenn es sich gerade winkel mit dem kugelhahn und dem schlauch anschließen und dann wer hat das fertig los geht's das passt alles alles fix so hier kann man noch mal erkennen dass wirklich das laub komplett diesen anschluss verstopft also wie gesagt ich muss das so anziehen mit der wasserpumpenzange dass das hier die dichtung schließt und dann am besten nach 90 grad nach unten fällt damit es auch was für das auge ist genau das ist natürlich problematisch so müssen wir es jetzt noch ein bisschen fester drehen so jetzt sind wir genau richtig ab jetzt schließt die dichtung perfekt wenn es gewinnt jetzt keinen schönheitspreis aber es erfüllt seinen zweck so jetzt könnte man natürlich diesen schlauch noch ein bisschen stützen oder mit dem kabelbinder unten festmachen damit dieser druck da sieht man ja relativ viel gewicht an diesem regensammler damit dieser druck etwas rausgenommen wird so jetzt nur noch aufdrehen und jetzt kann das regenwasser gesammelt werden so ich war mir natürlich am anfang der bauphase als der spengler meister gekommen ist nicht ganz sicher wo und wie ich diesen regensammel angebracht haben möchte deswegen habe ich ihn relativ weit oben anbringen lassen in der hoffnung dass ich dann alles mögliche anschließen kann und bei mir geht das wasser kommt halt von oben geht hier in den regensammler rein und überlauf wäre dann hier und geht dann hier wieder an dieses dachrinne ans fallrohr ran vorteil bei meiner konstruktion ist dass ich sozusagen immer wieder diesen container mit regenwasser spüle also selbst wenn er voll ist läuft immer wieder frisches regenwasser nach von ganz oben und von nächst höheren stelle läuft auch immer wieder regenwasser ab also wenn jetzt doch schwimmteile dabei sein sollen gehe ich davon aus dass die hier wieder mit rausfließen beziehungsweise dass immer wieder frisches wasser nachgefüllt wird